Das Museum für Kommunikation in Bern greift das besondere Thema «Bin ich schön?» auf. Aspekte rund um die Schönheit von Tier, Mensch und Natur werden dargestellt. Sie zeigen die Macht der Schönheit, vermitteln Schönheitsideale und Schönheitsformeln. Die Führung mit Gebärdensprachdolmetscher und FM-Anlage findet am Mittwoch, 13. Februar, 19 Uhr statt. Anmeldung ab jetzt bei der IGGH.